So, komm dort rein. Von den Hunden? Vom Frachtland? Aber wenn du dir ein Kind anhängst, dann bleibst du bei ihnen. Sie alle aber, die hier zugegen sind, nehme ich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Ich muss schnell raus. Marco? Du musst heute nicht arbeiten. Was ist genau passiert? Stefan in der Gemeinde habe ich einen Arm gebraucht. Ich glaube, es wird wieder schlimmer. Glaubst du täglich an Bord? Ich glaube schon. Und wieso macht er dich denn gesund? Es gibt Orte, wo man so Menschen wie Marco helfen kann. Das kann ich nicht. Er ist krank. Er ist kein schlechter Mensch. Er ist krank. Was ist, wenn wir das alles ertreiben? So schön ist es mit dir. Ich habe manchmal das Gefühl, dass es gar nicht sein kann. Er ist krank. Er ist krank. Er ist krank. Er ist krank. Er ist krank.